Die brandneuen Folgen von Danger Force werfen viele Fragen auf. Warum ist die Clique auf einer neuen Schule? Wann hat Schwotz gelernt, so zu kämpfen? Wieso ist Charfer so glücklich? Und wer wird heiraten? Findet alle Antworten auf diese brandheißen Fragen, wenn die Danger Force zurückkehrt. Nächste Woche Montag bis Freitag um 18 Uhr bei Nickelodeon. Vielen Dank.